Gibt es irgendwas, worauf Sie sich im Herbst wirklich freuen? Auf den Herbst? Ich freue mich auf gar nichts auf den Herbst. Ich freue mich immer nur auf Frühling und Sommer, aber Herbst und Winter sind für mich zwei Jahreszeiten. Auf die kann man wirklich scheißen. Ganz klar. Also dem kann ich nicht schönes abgewinnen. Klar, so wenn die Blätter fallen. Und für die Kinder ist es schön, Kastanien zu sammeln und die Eichen und da irgendwas zu bauen. Aber für uns Erwachsene, weiß ich nicht, so Herbstabende. Aber doch, mir fällt was ein. Ich habe einen Kamin in meiner Wohnung und da ist es echt schön im Winter, wenn es draußen kalt ist, den Kamin anzumachen und einfach nur sich da hin zu fläzen. Das ist eigentlich das Schöne.